Ich bin Anita Farke und spreche den Exoda Blog Podcast für dich. Technik, Gesellschaft und auch Politik. Gravis aus. Umgang mit Gutscheinen, Garantie und Geräten. Was passiert mit Gutscheinen, Garantie und Geräten nach Gravis aus? Der renommierte Elektronikhändler Gravis, der seit Jahrzehnten eine bedeutende Rolle auf dem deutschen Markt spielt, hat kürzlich die Schließung seiner Türen angekündigt. Diese Nachricht hat viele Kunden, die noch Gutscheine haben oder Garantieansprüche geltend machen wollen, in Unsicherheit und Verwirrung versetzt. Diese Artikeln bietet ein umfassendes Verständnis für das Handling von Gutscheinen, Garantieleistungen und Geräten im Zuge der Schließung. Gutscheine. Einige Gravis-Kunden mögen sich fragen, wie sie ihre Gutscheine verwenden oder einlösen können, jetzt wo das Unternehmen die Schließung bekannt gegeben hat. Laut der Verbraucherzentrale sind Gutscheine, die vor der Ankündigung der Schließung erworben wurden, grundsätzlich bis zum Ende ihrer Gültigkeitsdauer einlösbar. Kunden werden jedoch ermutigt, diese sobald wie möglich einzulösen. Garantie. Eine weitere berechtigte Sorge der Kunden betrifft Garantieansprüche. Das Unternehmen hat seine Kunden darüber informiert, dass alle gültigen Garantieansprüche weiterhin eingehalten werden. Der Kundenservice von Gravis wird im Rahmen seiner rechtlichen Verpflichtungen Geräte entschädigen oder reparieren, auf die noch eine Garantie besteht. Geräte. Das Ende von Gravis bedeutet nicht das Ende der Versorgung oder Unterstützung für gekaufte Geräte. Der Hersteller sichert im Allgemeinen weiterhin Unterstützung und Service für die Geräte zu. Allerdings wird nach der Schließung des Unternehmens empfohlen, sich direkt an den Gerätehersteller oder einen autorisierten Service Provider zu wenden. Abschlusskunden werden gebeten, offenbleiben Fragen zum Prozess und zu ihren Rechten direkt mit dem Gravis Kundendienst oder dem Verbraucherschutz zu klären. Dies soll dazu beitragen, Missverständnisse und mögliche legalen Unklarheiten zu vermeiden. Jetzt, da uns das Ende von Gravis bevorsteht, ist es wichtig zu wissen, wie wir als Kunden auf die Situation reagieren können. Es ist auch ein Weckruf für uns alle. Wir sollten immer die Geschäftsbedingungen kennen und verstehen, bevor wir etwas kaufen, gerade im Hinblick auf Gutscheine und Garantien. Denn letztlich sind wir als Verbraucher selbst für den Schutz unserer Rechte und Interessen verantwortlich. Artikel von Anita Farke, Freitag, 3. Mai 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. mit Ängstlich